Achtung meine Güte, das war ja unfassbar peinlich. Annalena Baerbock hat letztendlich gezeigt, wie sehr sie sich mittlerweile von der Realität entfernt hat. Zusammen werden wir nun ein äußerst aufsehenerregendes Video ansehen, das im Internet wie ein Lauffeuer verbreitet wird und das Gesprächsthema in ganz Deutschland ist. In diesem Video sehen wir eine völlig aufgelöste und verzweifelte Annalena Baerbock, die krampfhaft versucht, die Ukraine-Politik und die Russland-Sanktionen vor einer versammelten AfD-Mannschaft zu verteidigen. Ehrlich gesagt, wenn ich in ihrer Situation gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich den Saal sofort fluchtartig verlassen. Ich muss jedoch auch sagen, dass ich natürlich nicht so viel Scham empfinde wie sie, nach all den Fehltritten, die sie sich in den letzten Jahren geleistet hat. Bevor wir uns das Video anschauen, vergessen Sie bitte nicht, ein Abo zu abonnieren, da unsere gemeinsame Bewegung mittlerweile fast 40.000 Mitglieder hat. Unglaublich, nicht wahr? Jetzt schauen wir uns das Video an. Der Deutsche Bundestag, der das unterstützt hat, behauptete, dass diese Friedensgespräche ohne Erfolg gewesen wären. Das war ihre Behauptung, weil der Westen angeblich in diesen Friedensgesprächen nicht interessiert war. Hier muss ich kurz unterbrechen, bevor wir uns den Teil anschauen, der gerade viral gegangen ist und für so viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Aber wie Sie gerade gehört haben, hat Annalena Baerbock die Anschuldigungen der AfD noch einmal wiederholt. Was Sie im Video nicht gesehen haben, ist, dass wenige Minuten zuvor ein AfD-Politiker auf die Bühne kam und Annalena Baerbock mit heftigen Anschuldigungen überhäuft hat. Unter anderem behauptete er, dass der Westen die Friedensverhandlungen verhindert habe und damit das Leiden im Ukraine-Konflikt weiter verschärft habe. Würden Sie dem AfD-Politiker zustimmen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und geben Sie dem Video ein Daumen hoch. Jetzt schauen wir uns an, wie Annalena Baerbock auf diese Vorwürfe reagiert und was sie dazu zu sagen hat. Viel Spaß dabei! Fakt ist, wenn man die Hälfte der Fakten weglässt, wird es zur Lüge. Fakt ist, Präsident Zelensky aus der Ukraine hatte eine Delegation nach Istanbul geschickt, um alles zu tun, damit dieser brutale Angriff aufhört. Als ich das hörte, fiel ich fast vom Stuhl. Unglaublich, wie hier die Wahrheit verdreht wird. Tatsache ist, dass Zelensky letztendlich Friedensverhandlungen mit Russland begonnen hat. Und hier kommt die ganze Wahrheit. Der Westen, sprich die Amerikaner und Europäer, intervenierten und stoppten ihn. Sie wollten keine Friedensverhandlungen, sondern den Konflikt weiter eskalieren. Damals glaubten sie noch, den Konflikt militärisch gewinnen zu können. Diese Illusion ist mittlerweile zerplatzt. Expertenmeinungen zufolge wird dieser Konflikt sehr lange dauern und am Ende wird Russland gewinnen, weil sie einfach mehr Ressourcen haben. In dem oben genannten Video sehen wir eine völlig gebrochene und verzweifelte Annalena Baerbock, die vor einer vorherigen AfD-Anhörung verzweifelt versucht, die Politik gegenüber der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland zu rechtfertigen. Mit jedem Satz, den sie ausspricht, scheint sie sich mehr in diese bedauerliche Situation zu verstricken. Ehrlich gesagt, wenn ich in ihrer Situation wäre, hätte ich den Raum wahrscheinlich so schnell wie möglich verlassen. Aber ich muss auch sagen, dass ich nach all den Fehlern, die sie in den letzten Jahren gemacht hat, sicherlich nicht die gleiche Scham empfinde wie sie. Bevor wir uns das Video ansehen, vergessen Sie bitte nicht, es zu abonnieren, da unsere Community bereits fast 40.000 Mitglieder umfasst. Es ist unglaublich. Und jetzt mal sehen. Der Deutsche Bundestag unterstützte die Behauptung, dass die Friedensverhandlungen ohne westliche Intervention gescheitert wären. Das war ihr Anspruch. Aber bevor wir uns den Teil ansehen, der viral gegangen ist und für so viel Aufsehen gesorgt hat, muss ich kurz unterbrechen, um hervorzuheben, dass wenige Minuten zuvor ein AfD-Politiker die Bühne betrat und Annalena Baerbock heftig beschuldigte und unter anderem erklärte, dass der Westen hatte sich geweigert, an Friedensverhandlungen teilzunehmen und so das Leid im Ukraine-Konflikt verlängert. Würden Sie dem AfD-Politiker hier zustimmen? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren mit und vergessen Sie nicht, einen Daumen nach oben für dieses Video zu hinterlassen. Schauen wir uns nun an, wie Annalena Baerbock auf diese heftigen Vorwürfe reagiert. Sich amüsieren. Tatsache ist, dass es zur Lüge wird, wenn man die Hälfte der Fakten weglässt. Tatsache ist, dass der Präsident der Ukraine, Herr Zelensky, eine Delegation nach Istanbul geschickt hat, um zu versuchen, diesen brutalen Angriff zu stoppen. Als ich das hörte, wäre ich fast vom Stuhl gefallen. Es ist unglaublich, wie Annalena Baerbock die Wahrheit darstellt. Als Zelensky schließlich Friedensverhandlungen mit Russland aufnahm, intervenierte der Westen. Die Amerikaner und die Europäer hielten ihn wie einen Wachhund und sagten, wir wollen keine Friedensgespräche, wir wollen diesen Konflikt weiterführen, denn damals glaubte man, der Konflikt könne militärisch gewonnen werden, eine Illusion, die inzwischen völlig verflogen ist. Experten zufolge scheint es sich um einen sehr langen Konflikt zu handeln, den letztendlich Russland gewinnen wird, weil es über viel mehr Ressourcen verfügt und der Westen es leid ist, die Ukraine zu unterstützen. Wir haben hier unsere eigenen Probleme. Sind Sie einverstanden? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren mit und vergessen Sie bitte nicht, einen Daumen nach oben zu hinterlassen. Dies ist für die Verbreitung dieses Videos unerlässlich. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Der Westen ist mittlerweile müde, die Ukraine weiter zu unterstützen. Wir haben hier unsere eigenen Probleme. Stimmen Sie dem zu? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und geben Sie dem Video einen Daumen nach oben. Vielen Dank. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.